Marion Van de Kamp ist eine deutsche Schauspielerin und Fernsehansagerin. Leben Nach kurzer Ausbildung an der Schauspielschule in Dresden spielte die aus einer niederländischen Familie stammende Van de Kamp am Meininger Theater, dann in Görlitz, Plauen, Schwerin und Leipzig. Hier wurde sie 1953 für den deutschen Fernsehfunk entdeckt und bildete neben drei männlichen Kollegen das erste feste Fernsehensemble. Ebenfalls 1953 übernahm sie zusammen mit drei anderen Schauspielerinnen die Fernsehansage. Sie wirkte in zahlreichen Fernsehspielen mit, unter anderem als Frau Werdenfels in einer Fernsehbearbeitung von Frank Wedekins Theaterstück der Marquise von Keith. Andere wichtige Rollen waren Lady Milford in der DEFA Literaturverfilmung von Kabale und Liebe und die Maitresse Augusts des Starken in mir nach. Kanalien Neben Armin Müller-Stahl stand sie in der Agentenreihe das unsichtbare Visier vor der Kamera. Von 1955 bis 1991 gehörte sie zum Ensemble der Volksbühne Berlin. In ihrer Antrittsrolle spielte sie die junge Lehrerin Nellie in Ulrich Bechers deutsch-amerikanischer Chronik Feuerwasser. Seit 1991 ist sie beim Berliner Theater im Palais fester Gast und Mitgesellschafterin. Filmografie 1959 Kabale und Liebe 1962 Mord in Gateway 1963 For Eyes Only 1963 Die Spur führt in den Sieben Himmel 1964 Mir nach Kanellien 1966 Lebende Ware 1969 Projekt Aqua 1970 Botschafter morden nicht 1974 Polizeiruf 110 Lohnraub 1975 Eine Stunde Aufenthalt 1975 zu 77 Das unsichtbare Visier 1976 Hostess 1978 Klavigo 1980 Kunstraub 1980 Der Staatsanwalt hat das Wort Nach der Scheidung 1982 Familie Rechlin 1983 Der Staatsanwalt hat das Wort Nur ein Schluck 1984 Polizei Polizei Ruf 110 Im Sogenannt 1985 Der Staatsanwalt hat das Wort Hubertus Jagd 1986 Schauspielereien Balassen 1986 Polizei Ruf 110 Das habe ich nicht gewollt 1987 Käthe Kollwitz Bilder eines Lebens 1987 Sachsens Glanz und Preußens Gloria 1989 1989 Der Staatsanwalt hat das Wort Noch nicht zu Hause 1991 Agentur Herd Folge Opfer für die Kunst 1995 Zwei Männer und die Frauen 1997 Park Hotel Stern Folge Champagner am Nachmittag 2002 Sankt Angela Folge Hast du Töne 2003 Der letzte Zeuge Folge Der Tag an dem ein Vogel vom Himmel Viel 2005 Kanzleramt Folge Staatsbesuch 2008 Soko Wisma Folge Die Schläfer 2008 Mamas Flitterwochen 2012 Bis zum Horizont dann links Theater 1956 Ulrich Becher Feuerwasser Regie Fritz Wisten 1956 William Shakespeare Ein Sommernachtstraum Regie Fritz Wisten 1960 Lachos Mesterhatsi Menschen von Budapest Regie Fritz Wisten 1961 Friedrich Wolf Bomachers oder die Geburt des Figaro Regie Rudi Kurz 1961 Euripides Die Trürenen Regie Fritz Wisten 1961 Hedda Zinner Ravensbrücker Ballade Regie Fritz Wisten 1962 1962 Gerhard Hauptmann Florian Geyer Regie Wolfgang Heinz 1962 Gotthold Ephraim Lessing Emilia Galotti Regie Gerd Klein 1963 Lope Dewiger Lope Dewiger Ritter vom Mirakel Regie Fritz Bennewitz 1964 John Boynton Priestley Die skandalöse Affäre von M.R. Kertle und M.R.S. Moon Regie Hans Joachim Martens 1965 1965 Friedrich Dürrenmatt Der Besuch der alten Dame Regie Fritz Bornmann 1967 Peter Weiß Marat Regie Fritz Bornmann 1967 Helmut Beil Mysterium Buffo Variante für Deutschland Regie Wolfgang Pinsker 1967 Friedrich Schiller Kabale und Liebe Regie Hans Joachim Martens 1968 1968 Friedrich Schiller Maria Stuart Regie Fritz Bornmann 1974 East Van Urkney Katzenspiel Regie Brigitte Superin 1980 Ivan Ratöf Die Menschenfresserin Regie Fritz Bornmann 1985 Elda Eliasanov Emil Braginski Garage Regie Harald Warmbrunn 1990 Lyudmila Petrushevskaya Drei Mädchen in Blau Regie Barbara Abend Hörspiele 1961 Anton Tschecho Das schwedische Sündholz Regie Peter Brang 1961 Rolf Schneider Prozess Richard Waverley Regie Otto Dierichs 1962 Gerhard Stübe Das Südpol Denkmal Regie Fritz Göhler 1964 William Shakespeare Macbeth Regie Fritz Göhler 1965 Verkoss Zur Oder der Menschenfreundliche Mörder Regie Edgar Kaufmann 1966 Dennis Diderot Die Nonne Regie Edgar Kaufmann 1968 Giles Cooper Die Unverdauliche Auster Regie Wolfgang Brunnecker 1970 Rolf Schneider Platanenstraße 10 Regie Werner Grunow 1971 Maximilian Scheer Der Weg nach San Rafael Regie Wolfgang Schonendorf 1971 Heinrich Mann Die Jugend des Königs Henry Quattre Regie Fritz Göhler 1973 Honore Debalz Ach Der Ehevertrag Regie Horst Liebach Rundfunk der DDR 1978 Klaus G. Zabel Verjährte Fristen Regie Achim Scholz 1980 Dorothy Elle Seas Der Verdacht Regie Werner Grunow 1980 Lea Berskawetz Stille Post Regie Horst Liebach 1980 Fritz Rudolf Fries Der fliegende Mann Regie Horst Liebach Regie Gerie G shrink Regie H Ce Hurst Liebende Mann